Super. Das hat ja super gut geklappt. So, dann, ähm... Wie soll ich sagen, probiere ich mal hier rumzufahren einfach. Weil ich mir einfach den Lowbob-Weg... Oh, ach, das ist der reguläre Weg für hier. Oh, Mann, Menno, ey. So. So. Wo geht's hier jetzt weiter? Hier, ne? Ja. Gut. Alles klar, hier lang. Ganz locker, easy. Hier lang, hier lang. Und... Da dann hinfallen. Gut. Hm, Menno. Scheiße. Aber diese Map ist auch nicht gerade einfach. Das ist un... Das ist nicht machbar, diese Map. Ich fahr jetzt einfach hier lang. So, habt ihr jetzt davon. Hier, ui. Bam. Oh, hier bin ich hingefallen. Ha, ha, ha. Noob, nix kann er... Warte. So, hier. Jawohl, so wird's gemacht, Leute. So, fahr ich jetzt hier in den Berg runter. Oh, guck mal. Da hinten eine schöne aufgeklebte Textur. Was ist denn das hier für ein Weg? Secret! Weg! Tut weh. Der hat den Swag am Start, sag ich euch, Leute. Oh, was mach ich denn? Äh, machen wir mal Zoe. So. Achso, das ist das. So, und jetzt sind wir ja wieder hier. So. Hm. Na gut, besonders groß ist die Map jetzt nicht. Aber wenn's ne Vollversion gibt, irgendwann mal, ich denke, ich werde zuschlagen. Also, im Sinne von kaufen. Nicht im Sinne von, ich tue jemandem weh. So, jetzt sind wir ja schon fast wieder am Ende, oder? War diese Map hier nicht so kurz? Ja, ne? Ja. Ui. Nice. Cool. So, einmal hinfallen, bitte. Ui. Das Spiel hat mal wieder nicht zugehört. Ich hab nicht abstützen, bitte gesagt, sondern... Ja, aufs Maul legen, beziehungsweise halt so, ne? Wo sind wir denn hier eigentlich? Ach, hier. Ich tue jetzt gerade mal so, als wüsste ich, wo ich bin. Ach, gucke mal hier. Oh. Cool. Den Weg kannte ich noch gar nicht. Tö, dö, 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 dö. Da bin ich wieder hingefallen. Das ist natürlich nicht so toll. Tra, la, 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 la. Ich bin hingefallen. Wunderbar. Das wird... Das wird mein neues Album. Nenno, Mama. Ich fahr mal hier lang. Weil's so schön ist. Aber was es hier für viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Man kann natürlich auch einfach gegen Stein fahren. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber eine sehr schmerzhafte. Da muss man jetzt immer sich entscheiden. Nimmt man jetzt die schmerzhafte Variante oder doch eher die seichte Variante, habe ich mich irgendwie für die harte Variante entschieden. Und mal richtig hart mich auf die Fresse gelegt. Das sah nicht so gesund aus, was er für eine Körperbewegung gemacht hat. So. So. Ui. So. Warte mal hier. Hier haben wir noch eine Rambe. Okay. Die Rambe benutze ich jetzt aber gerade mal nicht. Ich möchte nämlich mal einfach gerade ein bisschen die Map weiter erkunden. Okay. Achso. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Ja. Gut. So. Was mache ich denn jetzt hier? Das. Hä? Dem ist einfach Spike aus der Hand gefallen. Ist natürlich geil. Passiert mir auch immer. Ich fahre Fahrrad, lasse einfach mal Spike los. Ist. Tut gut manchmal. Aber nur manchmal. Manchmal ist auch ein bisschen Aua, aber das macht nix. Kann jeder mal gebrauchen. So. Hier haben wir wieder einen wunderschönen Grafikfehler. So. Komm. Wir springen hier mal ein bisschen. Ui. Bam. Da bin ich wieder hingefallen. Gibt es hier eigentlich auch noch einen anderen Weg? Nee. Es gibt nur die einste Möglichkeit, es hier drüber zu fahren. Okay. Kann natürlich auch sachte. Weißt du, ganz ehrlich? Wenn ich sachte fahre, falle ich eher hin, als wenn ich schnell fahre. Okay. Das ist lustig. Boah. Da habe ich wieder richtig den Zaubertrick gemacht. So richtig der Zaubertrick. Geht's hier hin. Okay. Okay. Achso. Dann sind wir auch schon am Ende, ne? Ja. Ich bin jetzt... Ich will jetzt mal gucken, was hier so ist. Nichts. Okay. Gut. Auch gut. Dann fahre ich mal wieder hier hoch. Weißt du, das ist ein Profibiker. Weißt du, du brauchst so... ...zehn Stunden, um mal hier so einen winzigen Berg hochzufahren. Da bin ich ja schneller. Ich bin gerade echt am überlegen, ob diese Map nicht genau dieselbe ist, wie die vom ersten Teil nur aufgehübscht wurde. Denn diese Stelle hier, die kommt mir halt schon echt sehr bekannt vor. So, free hinfallen. Ui. Ja komm, jetzt fall endlich mal hin. So, dat ist nicht so schwer. Caitlin. Audrey. Hm, was machen wir denn jetzt? Wir machen Caitlin. Dat ist ne coole Map. Genauso wie ich Caitlin auch einen coolen Namen finde. Ich bin wieder hingefallen und rein theoretisch müsste jetzt gleich das Spiel wieder abstür... Das ist ja so ein Witz hier. Box euch rum. Oh, aua, aua. Okay, wir geben jetzt mal Vollstoff hier. Zick, zack, ibu. Oh man, ist das bescheuert. Ui. Ich sollte nicht sofort Vollstoff geben, habe ich so ein Gefühl. Wenn ich überhaupt so ein bisschen was erreichen möchte. Ich fahre jetzt mal wieder hier den schweren Weg. Der ist nicht ganz so schwer. Oh. Ach, der schwere Weg ist doch schwer. Ups. Naja. Machste nix. Ui. Boah, da habe ich richtig geil den Trick gemacht. Boah, ich fahre hier, glaube ich, irgendwo lang, wo ich gerade gar nicht soll. Ui, 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 ui. Oh, Menno, da hätte ich fast noch den Sprung geschafft. Ah.